. Ja, ich glaube, sie gewinnen mit zwei bis drei, vier Toren Unterschied. Ja, da hat es eh gewinnt natürlich. Spielstadt? Ähm, drei, zwei? Keine Ahnung. Sie spielen einfach besser. Ich habe ja solche Situationen viele selbst beim ATC erlebt. Und ich weiß, was es jetzt heißt, wenn es jetzt um einen Meister geht. Was das für die Spieler bedeutet. Wenn man krass checken kann, ist ja logisch. ATC gewinnt auf jeden Fall. Wie viel, wie hoch? Ja, ungefähr 10-0 wird es rausgehen. Was macht denn ATC zu einem Kultclub? Die Schals. Liebe Elisabeth, du hast eine Tauerkarte für die nächste Saison gewonnen. Was bedeutet dir der ATC in Graz und das Eishockelspiel hier heute Abend? Ja, es ist ein Wahnsinn, dass ich das gewonnen habe. Es freut mich sehr. Ich bin voll gern da. Sind Eishockelspieler sexy? Ja. Sind Sie local heroes? Sie sind es, ja. Es ist ein großartiger Augenblick. Es ist emotional total. Ey.